Der Begriff Subkultur bedeutet so viel wie Unterkultur. Eine Subkultur ist eine in sich geschlossene Teilkultur, die sich von der gesellschaftlich dominierenden Kultur unterscheidet. Sie zeichnet sich durch besondere Institutionen, Werte, Normen, Verhaltensweisen oder Symbole aus. In der Forschung wird zwischen der unfreiwilligen und der freiwilligen Teilnahme an einer Subkultur unterschieden. Unfreiwillige Subkulturen entstehen durch Diskriminierung, die Zugehörigkeit zu einer Minderheit oder durch Unterprivilegierung. Freiwillig sind Subkulturen, die eine Alternative zur vorherrschenden Kultur bilden wollen und bessere Lebensumstände anstreben. Untertitelung des ZDF, 2020